Hallo und einen schönen guten Tag aus Berlin. Es ist Freitag der 17.05.2019 um 8.43 Uhr. Ich bin heute um 7 Uhr wach geworden, war auch schon jetzt im Bad ausgiebig. Mir tun irgendwie die Glieder weh und ich meine damit nicht ein bestimmtes Glied, sondern Arme, Schultern, wobei Schultern glaube ich kein Glied sind, Beine so ein bisschen, ist alles wie verspannt, der Kopf drückt immer noch. Ja, dafür habe ich aber relativ angenehm geschlafen, also kein Schwitzen und kein Frieren. Das ist also überstanden und ich werde mal gucken, was der heutige Tag so mit sich bringt. Geplant ist heute Abend trotzdem mal wieder den Stream anzuschmeißen, Fortnite zu spielen, aber vielleicht kriege ich auch Benni überredet, dass er das übernimmt, dass ich mich heute noch mal einen Tag zumindest im Streaming-Business schonen kann. Wir gucken einfach mal. Meine Haare musste ich heute Luft trocknen, da mein Föhn kaputt gegangen ist. Da ist der Schalter nach 50 Millionen Mal rechts und links drücken irgendwie flöten gegangen. Und ja, deswegen sehen meine Haare heute vielleicht ein bisschen anders aus. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ja, geplant ist heute nicht viel. Ich werde es ruhig angehen lassen. Ich werde ein bisschen chillen, so wie gestern. Vielleicht zwischendrin auch mal wieder schlafen. Also gestern habe ich glaube ich von 12 bis 15, 30 oder so nochmal gepennt. Völlig verrückt eigentlich. Aber scheinbar hat der Körper das gebraucht und wie gesagt, es geht mir wieder besser bis auf ein bisschen Kopf und Nacken und Arme und so. Ja, gucken wir mal, wie sich der Tag so entwickelt und wie das Wochenende so wird. Morgen ist Bowling mit der Familie angesagt. Ich hoffe, da bin ich wieder einigermaßen fit, damit ich die Kugel gehoben kriege und geschoben oder geworfen oder gerollt. Aber bis dahin sind ja immerhin noch 24 plus 6, 30, 30 Stunden etwa Zeit, um mich zu regenerieren. Und das sollte eigentlich ausreichen. Gut, das ist es soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Kommt gut durch den Arbeits-Schul- oder was auch immer Tag. Und wir hören uns bestimmt irgendwie am Wochenende. Ich muss ja irgendwann noch den Hausflipper-Stream nachholen mit dem Garten-Deals. Ich habe gestern ehrlicherweise mal kurz reingeschaut. Man kann jetzt Rasen mähen und wahrscheinlich auch irgendwas ausgraben und Pflanzen pflanzen und was weiß ich. Und vielleicht irgendwelche kleinen Teiche platzieren oder ein Swimming-Pool. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen, wenn ich das dann mal spiele. Also dann, ne? Habt einen schönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Und wir hören uns dann spätestens morgen beim nächsten täglichen Vlog. Aber ich versuche heute Abend zu streamen oder wie gesagt Benni dazu zu bewegen, Fortnite zu streamen. Bis dann. Tschüss.